Die Corona-Warn-App. Was ist das eigentlich? Warum wird darüber so heiß diskutiert? Wir erklären euch in diesem kurzen Film, was ihr wissen müsst, um eine fundierte Entscheidung zu fällen. Wozu die App? Ein großes Problem bei der Verbreitung von Covid-19 ist der Ansteckungszeitraum. Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, weisen in der Regel erst nach einer Woche Symptome auf. Sie haben aber bereits davor andere mit dem Virus infiziert. Und diese haben wieder andere angesteckt. Auf diese Weise kann eine erkrankte Person schon zwei Generationen infizieren, bevor sie überhaupt gemerkt hat, dass sie krank ist. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu 46 Prozent der Übertragungen in dem Zeitraum stattfinden, bevor infizierte Symptome bei sich feststellen. Am ansteckendsten ist man direkt einen Tag vor dem Symptomausbruch. Den Gesundheitsämtern ist es also gar nicht möglich, schnell genug alle Kontakte der Infizierten nachzuvollziehen. Ein Teil der Lösung dieses Problems kann eine Corona-Warn-App sein. Und so funktioniert sie. Stellst du bei dir Symptome fest, informierst du freiwillig die App darüber. Fällt der Test positiv aus, kann die infizierte Person das Testergebnis an die App melden. Die Datenübermittlung muss also selbst aktiviert werden. In diesem Fall vollzieht die App sofort nach, welche Handys im relevanten Zeitraum lang und dicht genug an deinem Handy dran waren, um eine Ansteckung möglich zu machen. Diese Ermittlung erfolgt, indem die Handys annühme ID-Schlüssel, also Zahlenreihen, austauschen. Das heißt, niemand weiß, welche Person tatsächlich in deiner Nähe war. Die Kontakte, die als potenziell infiziert eingeschätzt werden, erhalten eine Meldung über ihre App und werden gebeten, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, um Ansteckung zu vermeiden. Auf diese Art können Ausgangsbeschränkungen lokal dort angeordnet werden, wo sie sinnvoll sind. Außerdem wird so die Verbreitung des Virus erheblich verlangsamt. Eine Voraussetzung dafür, dass die App hilft, die Corona-Epidemie zu stoppen, ist, dass mindestens 60 Prozent der Bevölkerung sie auch nutzen. Allerdings gehen Wissenschaftler davon aus, dass auch bei einer niedrigeren Nutzungsrate schon positive Auswirkungen spürbar sind. Wie sieht es aber mit dem Datenschutz aus? Sind deine Daten sicher? Wer verwendet sie wofür? Um das besser einschätzen zu können, ist es wichtig, einige Begriffe zu kennen und zu unterscheiden. Standortdaten, das sind Informationen darüber, wo du dich befindest. Diese werden per Satellit übermittelt. Die Standortermittlung per GPS ist ziemlich genau. Auf den Meter genau, wenn du dich draußen befindest, aber nicht ganz so genau, wenn du dich in einem Innenraum aufhältst. Aus diesem Grund sind die Standortdaten für die Corona-Warn-App auch gar nicht interessant. Bewegungsdaten, das sind ebenfalls Informationen darüber, wo du dich befindest. Sie werden von Handyfunkzellen ermittelt, jeweils mit einem Radius von 120 Grad. Anhand der Bewegung einer Person in und aus diesen Funkbereichen heraus kann eine gewisse Bewegung nachgewiesen werden. Doch auch diese Ortung wäre zu ungenau für die Corona-Warn-App und ist deshalb dafür nicht relevant. Kontaktdaten. Kontaktdaten ermitteln, zu wem eine Person in Kontakt gestanden hat. Das passiert über das sogenannte Low-Energy-Bluetooth im Handy. Diese schicken permanent Nachrichten von deinem Handy an die Geräte in deiner Umgebung, die dir nahe genug kommen. Und das ist die Art von Ortung, die die Corona-Warn-App nutzen kann. Die App kann über Bluetooth erfassen, welchem Gerät du überhaupt über einen bestimmten Zeitraum nahe genug gekommen bist. Diese Informationen bleiben auf dem Handy gespeichert, aber als Nummern anonymisiert. Falls du positiv getestet wirst, können so die Kontakte nachvollzogen werden, die sich angesteckt haben könnten. Und zuletzt Tracking und Tracing. Das ist nicht dasselbe. Tracking bedeutet die Ortung über GPS oder Funkzellen, also Standort und Bewegungsdaten. Tracing ist die Ermittlung der Kontaktdaten über Bluetooth, also das, was für unsere App in Frage kommt. Jetzt kommt die zentrale Frage. Sind deine Daten in dieser App sicher? Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit der App auch kritische Expertinnen und Experten zustimmen? Bedingungen, die zum Beispiel der Chaos Computer Club und Reporter ohne Grenzen stellen, sind ein offener Quellcode. So ist für jeden nachvollziehbar, wie die App funktioniert und wie die Daten verwendet und geschützt werden. Übrigens, zur Transparenz haben die Entwickler und Entwicklerinnen der App kürzlich den kompletten Programmcode auf der Plattform GitHub offengelegt. Dezentrale Server. Nicht alle Informationen sollen auf einem allwissenden Server liegen. Auf mehrere verteilt sind sie sicherer vor fremden Zugriffen. Freiwilligkeit. Ganz wichtig, die Installation der App ist freiwillig, genau wie die Entscheidung, ob man gegebenenfalls sein Testergebnis mitteilen möchte oder nicht. Anonymität. Die Daten der Nutzerinnen und Nutzer werden anonymisiert. Hier stehen also keine Namen und Kontaktdaten, sondern nur Zahlenreihen, die zur Erhöhung der Sicherheit viertelstündlich ausgetauscht werden. So ist für niemanden nachvollziehbar, mit welchen Personen jemand in Kontakt stand. Auch die Auswertung durch Technik und Wissenschaft erfolgt ohne Rückschlüsse auf die Nutzerinnen und Nutzer. Löschfristen. Auch Löschfristen für die erhobenen Daten können eine Möglichkeit sein, diese zu schützen. Es gibt ähnliche Apps bereits in verschiedenen Ländern. Warum übernehmen wir diese in Deutschland nicht einfach? Weil wir Datenschutz wichtig finden. Und wenn du das soweit verstanden hast, kannst du schon bald bei der deutschen App selbst überprüfen, ob sie dir sicher genug ist und wenn ja, auf dem Handy installieren und dabei mithelfen, die Corona-Infektionsketten zu unterbrechen. Ja. 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 Ja.